so antonio kommen wir zur 16.000 euro frage was ist die beliebteste pasta sorte der deutschen ist es a fettuccine also ich persönlich liebe fettuccine mit sahnesauce fettuccine großartig oder ist es b orecchiette orecchiette die sehen ja so ein bisschen aus wie schweinsöhrchen ist es vielleicht c pene das ist aber auch ganz lecker mit schöner bolognese drüber sehr lecker nichts bene das ist was anderes da bene oder ist es vielleicht die farfalle farfalle ist es nicht so schwer farfalle ja genau so welche antwort loggst du ein antonio ich nehme a fettuccine fettuccine ok nein leider falsche antwort antonio es ist pene lieben wir nicht alle liebes publikum pene pene ja pene 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 ma vaffan gozo staga